Tja, ich würde sagen, wir hauen lieber die hier rein, ja, die heilen ein bisschen mehr und dann haue ich gleich zu Anfang mal einen rein. So, dann wollen wir mal auf-auf in den Kampf gegen Ai, damit er uns durchlässt. Runde 2. Tja, der Raikage. Gegner mit Ninjutsu ausschalten, okay. Tja, der Raikage. Oh, kacke, alter. Oh, oh, komm, komm, komm. Oh, komm schon. Das zieht bei ihm echt nicht viel ab, ne? Oh, oh. Oh, komm, sei Dank. Nein, der hat mich. Ich bin der vierte Raikage. Niemand übertrifft mich. Scheiße. Uh. Der hat mich. Kacke. Das war aber knapp. Hätte ich voller HP gehabt, dann hätte ich's geparkt. Ja, wir versuchen's nochmal, ganz klar. Nee, oder? Ach, du Arsch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Verdammt. Ja, du mich auch. Rauchel, das war der kürzeste Kampf ever. Oh, Mann. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Und ich hab noch einmal was für die HP. Also, in dem Stil mag ich die ultimative Demon Scene von Maruko. Das sieht ein bisschen langweilig aus. Aber okay. So, wir haben ihn gleich. Na, komm schon. Was ist los? Was ist los? Komm schon. Das gibt's doch nicht. Na, Gott sei Dank. Komm schon. Ey, der hat mich schon frutzen. Gut. Oh. Ich dachte schon, das wäre jetzt Runde 3 gewesen. Okay, wir haben's gepackt. Das war aber jetzt echt... ...gand schön... ...peinlich. Trotzdem Rang S. Was? So ein Kuckuck? Ich greif dich mit voller Kraft an. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Naruto, du bist voll schnell. Du machst deinem Vater alle Ehre. Geil. Super. 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 các bạn. Ich werde nicht mehr sterben. Ich habe das so gemacht. Ich habe das so gemacht. Ich wollte mich versuchen. Ich habe mich mit dir gemacht. Ohhhhhhh Sehr schön Wir dürfen gehen Na B, hop hop, komm schon Läicka-げ Fein, komm! Engel, oder? Hm? Warum kann er von Konoha bezeichnen? Ich wusste nur ein wenig. Viele Menschen sind gefallen. Viele Lichter wurden ausgelöscht. Schmerz hat sich über der Welt ausgebreitet. Ein dunkler Wille verdüstert den Himmel. Aber jetzt schlafe dort. Ninja, hol dich aus. Die Sonne wird wieder aufgehen. Das sieht so geil aus. Um die Dunkelheit zu erhellen. Wenn du das nächste Mal die Sonne erblickst, wird er an deiner Seite eilen. Der Junge der Sonne. Er bewegt sich auf der Erde. Kapitel 8. Zwei Sonnen abgeschlossen. Oh Gott, das war aber irgendwie sehr kurz, glaube ich. Zum Ende von Kapitel 8 wurde es wieder leicht sentimental. Fand ich toll. Und ja, wir rücken dem Ende sehr, sehr nah. Also wir sind sehr nah dran. Und das gefällt mir persönlich wieder nicht. Denn mir macht das Spiel so viel Spaß. Und wenn mir ein Spiel Spaß macht, hasse ich es immer näher an das Ende ranzukommen. Das ist nicht so toll. Wir haben den Titel Sonne erhalten. Der Schock wurde wieder erweitert. Und ja, wir möchten speichern. Joa. Er ist bereit, okay. Die werden wahrscheinlich jetzt sagen, dass eine Ufer auf dem Weg ist. Oh, ah ja, okay. Oh, ich bin bereit. Oh, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Ich sage mal, links das ist Itachi und rechts ist es Nagato. Ja, auf jeden Fall. Itachi hört man schon von der Stimme her. Von Nagato weiß ich nicht die japanische Stimme. Das ist leider gerade nicht in meinem Kopf drin. Oh man. Ah, toll. Also dürfen wir gegen wiederbelebte Ninjas und bleichen Monstern antreten. Das klingt schon voll. Oh. Kapitel 9. Der Kampf der Kage. Oh, das wird toll. Das wird sowas von toll. Dieses üble Gefühl. Seine Quelle ist dort drüben. Oh, Bi. Mann. Okay, gespeichert wird schon. Das heißt, wir müssen nicht an dem Vogelfäßchen speichern. Wir gehen einmal hier rum. Tada. Da haben wir Money. 600 sogar. Wow. Hier haben wir nichts. Da haben wir wieder was. Konnte ich jetzt nicht sehen, was es war. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Ja. Ja. 40 Rio. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Und nochmal 40. Ja, wieso auch nicht. Weiter geht's. Er hat ein merkwürdiges Gefühl. Lass mal gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Was Neues zum Beispiel. Riesenkippen, Nahrungsbille. Wow. Achso, ja. Wir hatten ja ziemlich viel. Ich kaufe einfach von jedem mal einen. Lalalalala. Mann, haben wir viel gesammelt. So, davon holen wir zwei. Oh, und das, was wir noch gar nicht haben, holen wir erstmal einmal. Opakes Buch des inneren Auges. Keine Ahnung, was das ist. So, und dann will ich mal gucken, ob wir irgendwie ein Bento essen können, damit unsere HP wieder voll ist. Denn zu Ishiraku kommen wir ja jetzt nicht, mitten auf der Mission. So, wir sind einmal durch. Dann kaufen wir das alles einmal. Ja, bitte, bitte. So, ähm. Hundsalbe. So geht's nur runter. Schnäppchen. Nee, ähm. Können wir von hier aus irgendwie ein Bento essen oder so? Kartisch, Sammlung. Freundesliste. Na ja, können wir auch nicht. Schade. Ähm. Okay, dann gehen wir mal links lang. Das ist unsere Aufgabe. Sieht sehr schön aus hier. Oh, ich hab da ne Ahnung, wen wir gleich treffen werden. Ja, das war ja klar. Ja, Naruto. Okay, ich hab da also recht. Okay, ich hab da also recht. Schade. Ich hab da jetzt, wie vor. Ich hab da. Oh, ich hab da. Oh, ich hab da. Hm, ja, wir sind doch der Held. Das ist doch so, dass die Heldung nicht möglich ist, was ich. Hey! Ich habe die Angst, die Anni-Des zu erzählen. Ich habe die Beziehung mit dem B-B-B-Geräuschen und meine Eltern und meine Eltern. Oh, komm schon. Blöder Kabuto, man. Oh, Itachi ist schwierig. Wenn der seine Tauben da, also seine Raben immer, los schickt. Oh, schlimm. Das ist nicht so ganz mein Ding. Oh, okay. Wir kämpfen also einzeln. Kunst des Tausches sechsmal erfolgreich anwenden. Oh, das kriegen wir gläubig hin. Hoffe ich. Oh, der war. Oh, okay. Oh, das ist wichtig. Oh, okay. Das war's für heute. Nein, das tun wir nicht. Wir haben, glaube ich, zweimal geschafft. Aber Itachi ist auch schon fast down. Ach egal. Ja! Hm, hab ich mir fast gedacht. Okay! Okay, dann lass uns mal ein bisschen plaudern. Oder kommt jetzt nahe Gato dran? Könnte sein. Wir dürfen gespannt sein. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also Killer Bee und ich, gegen Nagato und Itachi gleichzeitig kämpfen würden. Aber dem war wohl nicht so. Hm. Das war's für mich. Das war's für mich. Was ich wissen, dass das? Ich habe mich mit dem Kakaish-Sensei und Yamato-Sensei zusammen. Aber ich habe keine Ahnung von Madara gesagt. Ich habe mich mit dem Kakaish-Sensei gebetet. Ich denke, dass ich alle anderen nicht weiß. Ich sage das, dass ich mich nicht zu sagen. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht an der Welt verletzten. Was meinst du? Ach, der Rabe! Okay. Hm. Hm. Hm? Oh, das war so. Was ist das, was du? Du hast gesagt, Sasuke, wie ein Freund von Sasuke. Wenn du Sasuke schützt, wie geht es? Was ist das, wenn du den Satou anstattest? Was ist das? Ich werde dir das Kraft geben. Was ist das? Was ist das? Ich versteh noch gar nichts. Oh, cool. Ich habe einen neuen Erdbeeren, und er hat die Erdbeeren. Das ist ein Erdbeeren. Das ist ein Erdbeeren. Das Karras ist, dass ich mich auf meinem Mangekjö Scharlingan verletze. Sehr schlau. Was ist das, was du? Für die wirkliche Kraft und永遠 geblieben, Sasuke hat meinen Augen geblieben. Als ich mich geblieben habe, habe ich mich geblieben. Als ich mich geblieben habe, habe ich mich geblieben. Ich habe das Gefühl, dass Sasuke die Wahrnehmung zu sehen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Das Gefühl, dass ich das Gefühl habe? Aber warum hast du diesen Karrus für mich? Du hast gesagt, Sasuke ist ein Freund. Ich habe das Gefühl, dass Sasuke nur für dich verletzt. Ich glaube, dass ich euch nicht mehr als ein Freund bin. Hm. Ich glaube, dass ich euch nicht mehr als ein Freund bin. Ich glaube, es ist nur ein Wunderbarer. Ich glaube, dass ich nur diese Rede empfehlen habe. Ich glaube, dass du mir nicht mehr so glaubst. Ich bin ein Mensch ein Mensch. Ich habe mich nicht mehr überzeugt, dass du so einfach sein. Ich habe mich nicht mehr überzeugt, dass du so einfach sein. Ich habe mich sehr gut überlebt. Ich habe mich sehr sicher, dass du so einfach sein. Das ist also ein Mensch. NARUTO hat dich an dich. Oh, Itachi. Ich danke dir, dass du mir an. Vielen Dank. Aber ich habe keine Angst. Ich habe es geschafft, dass du für die Stadt genug gemacht hast. Und dann... Ich werde dir das für mich. Scheiße. Let's show you... ...the power of a thousand people... ...the power of Rinnnegan. Oh no! Oh, missed. I'm sorry. My body is... ...the power of. What was that? You've been back to the early century. Naruto. I'm scared of my now. I'm afraid of it. um die spiel ist mit mithilfe die tatsch wohl ich will aber bitte nicht als kassi und 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 gott sei dank anwesendungen es mal wieder b und die dinge 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 haben wir noch schönes und etwas zur verteidigung auch noch sehr schön okay dann mal auf auf Okay, wir haben Itachi als Hilfe. Das ist schon mal ein wenig berührend. Das ist ein wenig berührend. Ich bin kurz für nicht ausreichend. Ich bin die Gute. Ach, das war sein Demons. Okay. Okay, so weit, so gut. Falsche Richtung. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ist nicht weit genug, ne? Oh, cool, okay. Nicht getroffen. Oh, oh. Komm, einmal drücken. Oh Gott sei Dank, ey. Gut, wir haben es geschafft. Mal gucken, was mit Nagate jetzt passiert. Na, da bin ich mal echt gespannt jetzt. Ich habe nicht mehr alles im Kopf. Mal gucken.